Ja, ich bin Katja Weber von der Radio Wissen und habe mich total gefreut, schon allein über den Titel der heutigen Veranstaltung, lasst uns tweeten, fand ich sehr, sehr schön und muss für die, die häufiger kommen, die wissen das schon, aber dennoch ein paar Hinweise geben. Also wir werden gefilmt, es wird gestreamt auf heeg.de, wer uns da sieht, schönen guten Abend, darf sich an der Diskussion auch ganz gerne beteiligen, Hashtag Dicksaal, so sind wir per Twitter zu erreichen, Lydia, die Redakteurin heute Abend, die ruft das dann rein oder gibt es rein und natürlich seid ihr auch wie immer gehalten und herzlich eingeladen dazu zu sagen, was ihr wollt. Ich weiß nicht, welchen Kenntnisstand ihr habt zu diesem Thema. Meiner war vor meiner Vorbereitung ungefähr so wie der vor dem letzten digitalen Salon, wo wir über User Generated Art gesprochen haben und ich habe gedacht, wenn mich wirklich irgendjemand online beobachtet, muss der sich sehr wundern und sich fragen, wie viele Personen in mir hausen, wenn ich euch jetzt nur mal vorlese, auf welchen Seiten ich war. Also ein paar hast du, Leonie, ja auch schon genannt, aber es ist wirklich erklecklich. Katholisch.de, evangelisch.de, jesus.de, iloveallar.com, die Facebook-Gruppe Jesus Daily, da habe ich mir so ein Erlösungsvideo angeguckt von einer crack-abhängigen Prostituierten, die vom Lord himself gerettet und geheilt wurde. Es gibt bloggende Theologen und Theologinnen wie Pastor Sandy, das ist eine Pastorin in Hannover. Interessant, die lässt sich neben ihrem Job zur Sommeliere ausbilden, geht ansonsten gerne auf Konzerte von Gossip und Animal Collective. Also alles nicht so, wie man denken möchte, Stereotyp. Es gibt Online-Synagogen, es gibt Amen.de, wo, ich glaube, stand gestern, mehr als 560.000 Gebete sozusagen beauftragt und dann auch ausgeführt wurden. Das kann man da nachvollziehen. Das wird so unter dem Motto anonym und doch persönlich vermittelt. Ich glaube, das ist vielleicht so anonym und auch persönlich was, worüber wir noch reden können. Es gibt Apps, die die Beichte organisieren. Die Seiten, die meine Wünsche an die Klagemauer vermitteln, hast du schon angesprochen. Ich kann per Klick Schlachtvieh für den Gang nach Mekka opfern. Als Buddhistin kann ich die digitale Gebetsmühle anschmeißen. Als Hindu könnte ich ein Ritual in einem indischen Tempel ordern. Es gibt tatsächlich auch ganz gute Comic-Blogs. Schwester Robusta würde ich da empfehlen, mal anzugucken. Es gibt die Facebook-Gruppe und ich komme langsam zum Ende. Hijab is my diamond, wo ich als modebewusste Muslimer gucken kann, wie lege ich mir denn das Kopftuch schön und was passt denn sonst dazu an Accessoires und Kleidung. Ich kann eine Online-Kapelle besuchen und da mag man geneigt sein zu lästern, aber wenn man mal in das Andachtsbuch da guckt, hört man auf, Witze zu machen. Das ist wirklich herzzerreißend, was da drin steht. Google digitalisiert die Rollen von Qumran. Wer mag, kann Dutzende. Ich glaube, so was wir um 160 unterschiedliche Bibelausgaben online lesen. Das ägyptische Totenbuch, die Veden oder den Koran und, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, der Papst twittert auch. Also da gibt es schon so ein bisschen was. Und ich habe hier vorne vier Leute sitzen, die glücklicherweise sich sehr gut damit auskennen, zumindest mit Anteilen aus diesem Mosaik. Ich fange an hier rechts außen. Friedhoff Tim hat evangelische Theologie studiert und ist jetzt Social Media Manager beim House of One. Und wer das nicht kennt, das House of One, das geht so, treffen sich ein Rabbi, ein Priester und ein Imam. Also klingt eigentlich wie ein ganz guter Witz, könnte draus werden. Ist aber eine erfreulich idealistische Einrichtung, nicht weit entfernt von uns hier in Mitte am Petriplatz. Soll es ein Gebetshaus geben für Juden, Christen und Moslems, finanziert durch euch und uns, also durch die Crowd. Mit, wie ich ja finde, doch beträchtlichen 40 Millionen Euro, kommt mir irgendwie persönlich viel vor, ist auch noch weit weg. Gerade mal 150.000 wurden bislang gespendet. Und ihr nehmt das Netz ernst, also ihr habt eine sehr gepflegte Seite, seid auf Facebook, seid auf Twitter zu Hause. Daneben, Akif Shahin ist Blogger und Journalist, arbeitet ehrenamtlich in der muslimischen Bildungs- und Jugendarbeit, schreibt auf seiner Seite dunia.de über Integration, den Islam, das Netz, also alles Themen, die dich auch ausmachen, glaube ich. Und du zitierst auf deiner Homepage Kurt Tucholsky, wer auf andere Leute wirken will, muss erstmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Dann zu meiner Linken. Daniel Alter wurde in Potsdam zum Rabbiner ausgebildet, ist jetzt Beauftragter gegen Antisemitismus und für interreligiösen Dialog in der jüdischen Gemeinde zu Berlin und koordiniert außerdem das Schatz-Matz-Programm der Allgemeinen Rabbiner-Konferenz. Ich habe es für mich so übersetzt, Rabbiner-Fern-Laie, so für Gemeinden ohne Rabbi. Ja, aber keine virtuellen. Genau, die echten werden versandt sozusagen. Und Kerstin Rade-Antweiler ist auch da, hat evangelische Theologie und vergleichende Religionswissenschaft studiert, ist jetzt Junior-Professorin, im Grunde zu unserem Kernthema heute Abend, Literatur und Medien der Religionen an der Uni Bremen. Und bei dir würde ich auch gerne anfangen und dich fragen, wie zeitgemäß präsentieren sich denn, sagen wir mal, nur die Religionen, die hier vorne sitzen, im Netz. Also nur die, die hier vorne sitzen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Gemeinden, die sind sehr aktiv im Netz. Es gibt auch einfach Organisationen, fernab von den Gemeinden organisiert, auch einzelne religiöse Akteure, die ganz aktiv sind. Also da ist es so bunt, so bunt die Gesellschaft ist, würde ich sagen, so bunt sind sie auch im Netz aktiv. Und man kann nicht sagen, eine der monotheistischen Religionen ist da ganz weit vorne und die anderen, die kleckern noch so hinterher. Also es wurde ja schon angesprochen, die katholische Kirche war in der Tat eine mit der ersten, die sehr professionell auch von der Institution aus ins Netz gegangen ist und das Netz für sich genutzt hat. Natürlich auch immer, wir würden das die One-to-Many-Communication-Strategie nennen, also sie haben verstärkt Inhalte dort präsentiert. Es ging weniger um Kommunikation über das Internet, aber dort waren sie sehr schnell aktiv schon. Ich habe bei dir auch, ich weiß nicht wo, irgendwo die Aussage gelesen, dass die Kirchen neben der Pornografie sozusagen die ersten Siedler waren im Netz. Das hat mich ein bisschen überrascht, wo ich dachte, hm, wirklich? Also im Internet, ja, und auch in den virtuellen Welten. Also ich hatte Forschung auch über Second Life zum Beispiel, es gab ja schon mal so einen Hype um Second Life, da war es wirklich Pornografie und religiöse Gemeinschaften. Das ist natürlich sehr global, es geht relativ einfach, dort Informationen online zu stellen und viele Leute zu erreichen. Und das kann man sowohl ökonomisch als auch quasi mit einer anderen Kapitalsorte wie das religiöse Heil dann verbinden. Du hast ja als Blogger sozusagen, für dich ist das Netz lebensfähig, lebensnotwendig. Ich habe heute Mittag geguckt, da hattest du, glaube ich, knapp zwei Dutzend Tweets abgesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein besonders aktiver oder ein eher Mauertag war. Es war eher ein aktiver Tag, weil viel los war, auch in der journalistischen Ebene, sage ich mal. Aber wie wichtig, würdest du sagen, ist das Netz für den Islam? Oder andersrum? Das kommt immer darauf an, wie man es jetzt betrachtet. Also für die muslimischen Jugendlichen ist es problematisch, weil man da auch auf Seiten landen kann, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Was ich sehr, sehr schön fand, ich habe mal nach Islam ist Frieden gesucht und landete immer bei Rechtsextremen. Als ich dich gesucht habe, du wurdest bei Rechtsextremen natürlich als negatives Beispiel zitiert. Da musste ich erst mal gucken, in welchem Rahmen bin ich denn jetzt unterwegs? Also das war meine erste Begegnung mit dir im Netz. Ja, also es ist immer sehr, sehr durchmischt. Also die ganzen Stichworte sind meistens eher von den Extremen belegt, sage ich mal. Aber wenn jemand ganz dezidiert nach bestimmten Informationen sucht, dann wird er natürlich bei der Suchmaschine am besten fündig, sage ich mal so. Also wenn jemand jetzt ganz explizit sagt, ich suche das Gebet nach anaphytischer Rechtslehre, dann findet er meistens auch eine richtige Seite. So vor zwei, drei Jahren, Akif, gab es ein ziemlich großes Trara um quasi das islamische Facebook, das es geben sollte, Salam World. Irgendwie hat man nichts mehr gehört. Brauchte die Welt nicht, oder was? Ja, dieses Thema begleitet mich irgendwie auch schon seitdem. Also ich wurde immer wieder interviewt zu diesem Thema, auch immer wieder angefragt. Einmal auch bei Spiegel Online dann halt eben auch. Und ich habe auch vorher gesagt, das wird nichts. Also die hatten sehr, sehr viele Geldgeber, vor allem aus dem russischen Bereich, haben ihre Zentrale in Istanbul eröffnet und haben versucht, ein soziales Netzwerk zu gründen. Es gab auch eine Beta-Phase, lief auch ganz gut wohl, aber es war nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Der Hintergrund lag einfach daran, wenn man in bestimmten Ländern, wie Deutschland beispielsweise, Muslime ansprechen will, dann muss man ihnen etwas bieten. Und ein Netzwerk nur für Muslime alleine bringt es nicht, weil die Muslime letztendlich in einer Gesellschaft leben, in der sie nicht muslimische Freunde haben. Und ich gehe nun mal dahin, wo ich auch mit anderen Leuten zusammen diskutieren kann und auch wo ich meine Freunde habe. Und wenn die alle bei Facebook sind, dann können sie noch so sehr ein islamisches Netzwerk aufmachen, die werden das alle nicht mitmachen. Und das hat man auch in Großbritannien gesehen. Es gab dieses Projekt muxlim.com und das ist auch irgendwann einfach stillgelegt worden, weil es einfach nicht mehr weiterging. Genau, die Ruinen davon sind noch im Netz, aber da bewegt sich nichts mehr. Die jüdische Gemeinde Daniel zu Berlin, die hat so eine ganz solide Webpräsenz, aber eher im Sinne einer Auskunft Thai, also Terminkalender, Gemeindeinfos. Was mich als Gemeindemitglied eben interessieren könnte, Facebook und Twitter sind für deine Arbeit nicht interessant, für eure Arbeit? Also ich persönlich nutze Facebook sehr, um einfach auch Informationen abzusetzen. Ich denke, dass das ganz viele Kollegen, also andere Rabiner in Berlin und in Deutschland weltweit auch Facebook benutzen. Also es ist aber bei ganz vielen Kollegen und auch bei ganz vielen Gemeinden ist die Notwendigkeit noch nicht so richtig angekommen. Und das hatte ich jetzt auch von dir ein bisschen gehört, das ist immer von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt ein bisschen individuell unterschiedlich. Ich denke, dass die jüdische Gemeinde zu Berlin eine ganz vernünftige Internetpräsenz hat. Da gibt es auch jemanden, der diese Homepage pflegen kann. Es gibt kleinere Gemeinden, zum Beispiel die irgendwo Landgemeinden, bei denen dann auch eine ganz andere Altersstruktur da ist. Das sind oft Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, bei denen der jüngste Mitte, Ende 50 ist. Und da ist auch ein ganz anderer Bezug dann dazu, dazu dieser virtuellen Welt, zum Internet, zum Benutzen von Internet. Und da ist dann eben auch oft keine oder nur eine sehr schwache Internetpräsenz. Und da hat man dann auch in der Kommunikation, in der Arbeit mit diesen Gemeinden nicht das Gefühl, dass das diesen Gemeinden und den Menschen eher zugehören fehlt. Also als ich las, dass du sozusagen diese Rabbi-Fernleihe machst, wo dann zu bestimmten Anlässen, also Hochzeiten und so weiter, Rabbis in die Gemeinden geschickt werden, wo eben welche fehlen, die nicht ständig da sind, um die Gemeinde zu betreuen. Da dachte ich, hm, in den USA gibt es Online-Synagogen, da gibt es Chats mit Rabbinern. Das wäre doch auch noch ein Ausspielweg sozusagen, ohne dass man eine Bahncard 100 braucht. Also damit habe ich ein bisschen ein Problem, also ich weiß, das ist in den USA, in den größten Synagogen, das sind mit die größten Synagogen der Welt, da gibt es die bekannteste und berühmteste, der Temple Emmanuel in New York, der überträgt seine Gottesdienste live im Internet, im Livestream. Und damit habe ich dann, damit bekomme ich dann ehrlich gesagt ein bisschen ein Problem. Denn... Der Deutschlandfunk hier, unser großer Bruder, macht das auch sonntags. Unbenommen, aber ich kann jetzt auch nur für meine Religion, für meinen Glauben sprechen, da ist eben das gemeinschaftliche Zusammenkommen der wichtige Punkt. Also, dass eine Gemeinschaft zusammenkommt und gemeinschaftlich im Gebet vor Gott tritt. Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, denen die aktive Teilnahme nicht möglich ist. Und für die, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer das Haus nicht verlassen kann, ist sowas prima. Aber ich glaube, dass wir viel mehr mit negativen Aspekten davon uns auseinandersetzen müssen, sondern dass Leute eben nicht mehr das Haus verlassen und nicht mehr in die Synagoge oder zum Gottesdienst gehen, weil ich kann mir das ja nach Hause streamen lassen. Also, du würdest sagen, dass... Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der dieser Wert von Gemeinschaft viel verloren hat. Und ich glaube, ich sehe potenziell die Gefahr, dass dieser Wert von zwischenmenschlicher Gemeinschaft, und zwar nicht virtuell, sondern real existierend, dass das da noch ein bisschen mehr verloren geht. Wie gesagt, ich finde es super, wenn jemand, der aus irgendwelchen Gründen nicht laufen kann oder nicht aus dem Haus gehen kann, sich in einer Form anbinden kann. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es eher der negative Aspekt ist, eben dass Leute, die eigentlich könnten, dann zu Hause bleiben, weil es viel bequemer ist, sich das auch so verstehen zu lassen. Wirklich hat nicht vielleicht das, wenn man es eben könnte, zur selben Zeit, am selben Ort zu sein, hat ja einen Mehrwert, den du angesprochen hast, würde ich dann trotzdem sagen, ich sitze aber lieber in der Jogginghose zu Hause? Es gibt, glaube ich, keine Untersuchungen dazu. Ich kann es nicht beurteilen. Wir haben ja hier zwei Religionswissenschaftler. Dann werden die uns sicher was dazu sagen können. Oder vielleicht was dazu sagen können. Ich rede jetzt als Rabbiner aus meinem Bauchgefühl heraus. Ehrlich gesagt ist da natürlich auch die Angst dabei. Und ich denke, da geht es den Kollegen in den christlichen Glaubensgemeinschaften genauso. Unsere Synagogen sind bei Weitem nicht so voll zu den Gottesdiensten, wie wir das gerne hätten. Und wenn dann noch drei von meinen, ich sage das jetzt mal flapsig, aus meiner Kundschaft wegen dem Livestream zu Hause bleiben, dann gefällt mir das nicht wirklich. Wie seht ihr das denn? Ihr seid ja ziemlich aktiv in allen Ausspielwegen. Jetzt habt ihr natürlich den Nachteil, euch fehlt noch das Gotteshaus. Also gut, dass ihr wenigstens da an eure Kundschaft, um Daniel zu zitieren, kommt. Aber befürchtet ihr das auch, dass es so einen Übertragungsverlust gibt, wenn man sich nur dazuschaltet und nicht wirklich teilnimmt in Persona? Also zum einen möchte ich jetzt erstmal sagen, dass ich da voll bei dir bin und dass ich das genauso sehe. Also es ist nicht austauschbar, dass man nicht zur Kirche geht, nicht in die Synagoge geht, sondern in die Moschee geht, Entschuldigung, sondern Gemeinschaft ist stiftend sozusagen für die Religion, für die jeweils eigene Religion. Aber würdest du sagen, das leistet so der menschlichen Dreck halt Vorschub, wenn man gar nicht mehr aus dem Haus gehen muss, um zumindest virtuell an Gemeinschaft teilzuhaben? Ich würde das anders aufzäumen, das Pferd. Ich würde sagen, es ist da, Facebook ist da, Twitter ist da und wir können nicht sagen, dass wir uns aus diesem Raum fernhalten, sondern wir müssen auch diesen Raum, wir haben glaube ich 25 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland, das sind ein Viertel der Bevölkerung. Wir können nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht, sondern wir müssen auch diesen Raum belegen, deuten oder mit Inhalt füllen und dazu gehört eben auch, dass wir, wie bei uns, das ist natürlich der Extremfall, wir haben sozusagen das noch nicht vorhandene Gotteshaus und sind aber trotzdem aktiv. Wir sind trotzdem Gemeinde, wir sind jüdische, wir sind christliche, wir sind die islamische Gemeinde. Es klingt so ein bisschen, als würdet ihr nicht wirklich mit Freude in diese anderen Ausspielwege gehen, sondern nun sind sie halt da, müssen wir was damit machen. Doch, das ist total toll. Da bin ich da gerade ganz falsch übergekommen. Nein, das Wunderbare ist ja eben, neben dieser Örtlichkeit und diesem sich verorten in der Gemeinde, in dem Gebäude des jeweiligen Gotteshauses. Das ist ja so, dass wir ja auch darauf angelegt sind, in die Welt hinaus zu gehen. Und wenn wir dann eine Botschaft aus Peru bekommen und die sagen, danke für das Gebet, was ihr auf Facebook getwittert habt, dann ist das natürlich auch ein Mehrwert, wenn man dieses Wort nutzen möchte. Was würdest du sagen, Kerstin, kannibalisiert sich das? Ich muss gestehen, ich würde diese beiden Fässer gar nicht so separat voneinander sehen. Also ja, es wird sehr oft so gelesen, das Internet ist das Nichtreale, das nur Virtuelle. Und ich würde sagen, von den Untersuchungen, die wir gemacht haben, wird es als Erweiterung von Realität gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass wenn Leute jetzt sich nur virtuell einschalten, dass sie nicht deswegen genauso auch in den Gottesdienst gehen. Also dagegen spricht ja auch, wenn wir uns das Phänomen der Megachurches angucken, die sehr medienaktiv sind, da sind die Gottesdienste voll. Aber sie twittern auch genauso, sie gucken sich Streams an. Was ist denn eine Megachurch? Nur mal hier für die, die jetzt schnell googeln, Megachurch, weiß ich gerade nicht. Megachurches ist ein bisschen Nomen es um, also das sind wirklich diese sehr großen Gemeinden. Haben wir so eine in Deutschland, in Berlin? Ja, in Stuttgart eine ganz große. Berlin gibt es auch eine, aber die nicht so bekannt ist. Es ist ein primär amerikanisches Phänomen, vor allen Dingen von den Pfingstern charismatischen Bewegungen, die natürlich sowieso nochmal auch andere Arten von Gottesdiensten veranstalten. Das muss man auch dazu sagen. Und die integrieren sehr, sehr stark die neuen Medien. Ich könnte jetzt auch nicht nur die Megachurches nennen, auch zum Beispiel die Emerging Church. Das ist eine Liturgiebewegung aus England, die auch sehr stark die Medien mit quasi in ihre Liturgie setzt und die sind sehr, sehr erfolgreich. Also insofern, ich würde es nicht so ausschließen, so alternativ setzen. Nimmt man Medien oder nimmt man, also streamt man Gottesdienste jetzt mal, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann bleiben die Leute zu Hause. Sondern ich glaube, was ein Mehrwert sein könnte. Und ich kenne aber auch ganz viele eher reservierte Haltungen, auch gerade in der evangelischen Kirche, von den Landeskirchen, die auch natürlich zum Teil ihre Berechtigung haben. Dass es aber auch den Mehrwert sein könnte, die Kommunikationsmedien des Alltags mit zu nutzen, um Religion wieder in den Alltag zu bringen. Also das könnte auch ein Seitenaspekt sein, den sich die religiösen Gemeinschaften auf jeden Fall mal reflektieren sollten. Also dass das keine exklusive Sache für den Sabbat, fürs Freitagsgebet oder für den Sonntagsgottesdienst ist, sondern eben auch werktäglich stattfindet, quasi 24-7. Das meinst du? Dass es mich Religion begleitet in Form meines Handys zur Arbeit, in die Schule, wohin auch immer ich gehe. Ja, also was natürlich bei vielen religiösen Akteuren auch der Fall ist. Bei den Jüngeren ist es dann wiederum ein bisschen problematisch. Aber auf der anderen Seite sollte man es auch nicht überschätzen. Also ich komme aus dem Medienbereich und wir haben immer Religion in Medien untersucht und dachten, alles wird transformiert. Und jetzt haben wir mal das Gegenteil gemacht und haben uns katholische Gemeinden offline angeguckt. Und da muss man sagen, haben neue Medien gar keine Rolle gespielt. Also es gibt beides. Also insofern, ich glaube, ich würde das nicht so mystifizieren als ein Raum, wo irgendwie Religion eine Rolle spielt. Ich würde es viel stärker als ein Kommunikationsmedium nehmen, was ein neues Kommunikationsmedium darstellt, was aber auch genutzt wird von vielen Akteuren, worüber auch Religiosität transportiert werden kann. Ich würde dich gerne nochmal, da du ja die bist, die da am dichtesten dran forscht, würde ich dich gerne nochmal nach Zahlen fragen. Da habe ich nur eine wirklich windelweiche Angabe gefunden. Die Zeit im November 2010 hat, also ich würde sagen, einfach nur behauptet, jeder vierte Nutzer ginge regelmäßig aus spirituellen Gründen ins Netz. Ansonsten wurde überhaupt nicht gesagt, was ist die Quelle, wie wurde das erhoben? Das wurde da einfach so hingekoffert als Datenmaterial. Was ist denn da eure Erkenntnis? Das Problem ist, wir forschen eher qualitativ und quantitativ gibt es bestimmte Formen, wo ich beim Sampling immer sehr skeptisch wäre. Weil was heißt das, also wenn man Leute fragt, benutze das für eure Religion? Dann wird Religion zumeist mit Kirche gleichgesetzt. Dann würde ganz andere Angaben bekommen, würde man Fragen mit spirituellen Erlebnissen etc. Insofern wird es diese Zahlen nicht geben. Und ich bin auch von den bislang, von den durchgeführten Studien eher skeptisch. Also ob es wirklich jeder vierte ist. Also da kommt es immer ganz stark darauf an, welche Generation, ob städtisch, ob es eher in dörflichen Strukturen ist. Da lassen sich nicht so pauschale Aussagen zu machen. Okay, also da haben wir einen schlüpfrigen Forschungsgegenstand heute abzuarbeiten. Aber ich versuche trotzdem nochmal so Eckdaten rauszuholen. Wer geht denn ins Netz mit religiösem Interesse? Könnt ihr dazu was sagen? Also was das Lebensalter betrifft, die Ausbildung, das Geschlecht? Also ausbildungstechnisch kann man eher sagen, ab Gut Ausgebildete. Also dort eher sogar mit Abitur. Da wird die Internetnutzung auch für religiöse Zwecke eher mehr. Aber das hängt auch was mit der Internetnutzung allgemein zusammen. Also da kann man eher sagen, dass die Zahlen dort eher den allgemeinen Zahlen der Internetnutzung eigentlich auch entsprechen. Und bei den Älteren ist es eher verhaltener, wobei man jetzt auch sieht, dass mehr und mehr auch die ältere Generation das Internet nutzt und dann auch dort für eher religiöse Zwecke. Das heißt, religiöse Zwecke, das variiert ja sehr stark. Also religiöse Zwecke heißt, ich gucke bei Google, gucke ich nach, was und das bedeutet das. Oder aber das geht bis hin zu, ich mache wirklich Performanzen im Netz, was wirklich die wenigsten machen. Also dort auch eher im amerikanischen Bereich. Im deutschen Bereich ist das eher sehr verhalten. Wenn ich noch überlege, wozu könnte denn Kirche mit Netzanschluss gut sein, habe ich gedacht, das wäre vielleicht ja für die, ja eigentlich für alle Religionen interessant, Missionierung, also im Sinne von Go Tell It on the Mountains. Ich meine, einfacher als auf diese Art und Weise kann man das ja kaum betreiben. Und dann dachte ich für die jüdische Gemeinde, ja vielleicht zur inneren Mission in Berlin kommen ja viele Zuwanderer, soweit ich weiß oder das in der Zeitung lesen kann, die zwar jüdisch sind, aber nicht wirklich aktiv. Und ich dachte, vielleicht ist das doch ein Ausspielweg, um an die ranzukommen, um die auf mich und das, was ich zu sagen habe, aufmerksam zu machen, Daniel. Und der Eindruck, den ich habe in dem Zusammenhang, ist eben, dass man die Internettechnologie schon sehr gut benutzen kann, um das, wie soll ich sagen, um das auf den Weg zu bringen. Meine Gemeinde und meine Gemeindemitglieder kennen, habe ich irgendwie Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass ich denen online irgendwas beibringen kann, dass ich denen online Spiritualität vermitteln kann. Wenn ich mit Familien zu tun habe, die in der ehemaligen Sowjetunion 40 Jahre von jeder spirituellen und religiösen Entwicklungen abgeschnitten waren, irgendwas in mir sträubt sich dagegen, dann in einem Chat zu erklären, wie was geht oder im Chat zu versuchen, eine spirituelle, eine schöne, eine besündliche Atmosphäre zu schaffen. Also ich finde es okay, wenn man meine Predigten oder die Predigten von Kollegen lesen kann im Internet. Ich lese auch eine ganze Reihe von Blogs. Wenn ich mich auf meine Predigten vorbereite, dann lese ich auch Texte von anderen im Internet, um mir Ideen zu holen. Und ganz einfach auch so dieses informative Level, wann ist was wo oder eine kurze Frage an den Rabbi. Rabbi, wie geht ABC? Finde ich alles ganz prima. Ich habe also, wie gesagt, die Vorstellung, dass ich im virtuellen Raum Spiritualität mitteilte, da komme ich nicht mit, da bin ich überfordert. Okay, könnt ihr euch das vorstellen, Akif? Ja, vorstellen ist immer so lustig. Wir leben das teilweise. Ich komme aus einer türkischen Community und bin da auch sozialisiert. Und wenn man sich dann beispielsweise auch die Türkei anschaut, dann hat man halt eben durch den technischen Fortschritt einiges im Bereich der Spiritualität dann auch ein bisschen verloren. Also es ist teilweise jetzt so, dass zum Beispiel bei den Freitagspredigten der Imam vor dem Gebet quasi eine Predigt hält, zu der ist niemand in der Moschee. Alle hören sich das von zu Hause aus an, weil die Lautsprecher so laut sind. Das würde ja in der... Ja, aber zum Gebet selber sind sie dann plötzlich alle da. Also dann ist die Moschee proppe voll. Das würde zum einen bestätigen, was Daniel gesagt hat, und zum anderen dann auch im Teil 2 wieder widerlegen. Also müssen die Imam nicht mehr beim Predigen zuhören. Ja, ja, also sie können einfach die Straße rumgehen und hören das. Also nebenbei, so sage ich mal, während sie noch vielleicht den Fernseher am Laufen haben oder ähnliches. Also es ist wirklich so. Und dann gehen sie kurz beten und dann sind sie wieder draußen und der Imam hält wieder eine Predigt. Und sie hören das dann wieder beim Nachhause gehen oder ähnliche Sachen. Also das ist zum Beispiel in der Türkei sehr gang und gäbe. Auf der anderen Ebene haben wir auch im arabischen Raum Imame und Prediger, die Superstars geworden sind. Also diese Leute haben Fernsehshows, in denen sie dann immer wieder Anrufe bekommen von verzweifelten Leuten. Wieso sind die Stars geworden? Weil die rhetorisch so brillant sind? Weil die rhetorisch brillant sind, weil sie einfach Antworten auf sehr, sehr komplizierte Fragen und Sachverhalte liefern. Und weil die Leute anscheinend nicht wissen, wie man googelt, sage ich immer so schön. Und die rufen da an und fragen solche Sachen wie, Imam, es gibt so einen Livestream von einer Moschee und die zeigen halt, wie man da betet. Könnte ich dann auch von zu Hause aus das Gemeinschaftsgebet verrichten? Das sind höchst sensible Fragen des Glaubens im Islam. Und da sind dann Imame, die dann sagen, ja klar kannst du das. Dann kannst du dir auch die Kaaba in die Mitte deines Zimmern stellen und die hat schon zu Hause ausgemacht. Das ist halt eben so ein bisschen belustigend, weil man einerseits den technischen Fortschritt einerseits nutzt, aber auf der anderen Seite auch sagt, hier sind die Grenzen. Also die Gemeinschaft wird sehr, sehr stark im Islam wertgeschätzt und sie ist Bedingung dafür, dass ein Gebet auch ordentlich verrichtet wird. Also ohne die Gemeinschaft läuft gar nichts. Und das bedeutet dann auch präsent zu sein und nicht virtuell, sondern wirklich präsent zu sein. Und da gibt es dann halt nur so ein paar Einschnitte, aber wir treiben es immer wieder auf die Spitze. Also gerade in Deutschland ist es problematisch beispielsweise in Bezug auf die Räumlichkeiten. Es gibt Frauenräume und Männerräume. Eigentlich kennt der Islam das gar nicht. Eine Moschee und ein Gebetsplatz, der hat dann eine bestimmte Rangfolge. Das heißt, Frauen beten hinten vorne Männer, aber sie sind räumlich eigentlich nicht getrennt. Das Problem ist, wenn die Frauen den Imam gar nicht sehen, dann muss man Abhilfe schaffen. Und die meisten Moscheegemeinden machen es dann so, dass sie sagen, wir bauen Kameras ein, der Imam wird übertragen, man sieht das. Dann beten sie halt eben auch mit und sehen ihn und dann kann man das auch alles ein bisschen als okay darstellen. Aber eigentlich ist es falsch. Eigentlich müssten alle in einem Raum sein und jeder müsste jeden eigentlich sehen können. Und das sind dann so ein paar Aspekte. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, würdest du sagen, der Gemeinschaft als solcher tut die Übertragung übers Netz keinen Abbruch, wenn man es richtig macht. Überhaupt nicht. Und Spiritualität im Netz ist möglich. Ja, sehr sogar. Wie seht ihr das für das House of One, Gretchen? Na, de facto müssen wir das ja... Mangels Raum. Mangels Raum. Ihr habt ja verschiedene Spielflächen noch nicht in dem Gebäude, das es mal geben soll. Genau. Bisher ist da ja nichts oder eine gepflegte Grünfläche, die von Straßen umsäumt ist. Ja, also Spiritualität schon, aber natürlich auch in dem Rahmen, dass das möglich ist. Also wir streamen jetzt keine Friedensandachten, die wir machen oder wir sind jetzt nicht mit Webcams irgendwie vernetzt, die nach außen den Stand des Baus abbilden. Aber sowas kommt ja wahrscheinlich mal, wenn der Bau wächst, oder? Kann ich mir lebhaft vorstellen. Das müssen wir nochmal gucken, ja. Also es ist natürlich zum einen so, dass wir, wir haben ja eine doppelte Aufgabe, also wir haben ja die Aufgabe, die unsere Follower-Gemeinde, sowohl auf der Webseite als auch auf Twitter und Facebook, am Gebäude, an diesem säkularen Objekt in der Stadt teilhaben zu lassen. An dem, was passiert, wie weit ist es mit den Spenden, welche Veranstaltungen machen wir wo, wann und wie geht es weiter. Das ist so das eine und das andere ist natürlich, aber eben auch, weil wir eben Gotteshaus sind für die drei Religionen, das abzubilden, was eben auch Inhalt des Ganzen ist. Aber was ist denn zum Beispiel mit Ritualen? Also ich verstehe ja die Vorbehalte, die du vor allen Dingen äußerst. Es gibt ja Rituale, die funktionieren nur, wenn wir zusammen sind. Also im christlichen Gottesdienst, ein Sakrament, also dazu muss ich da sein. Das kann ich nicht irgendwie als Datensatz rausspielen. Das ist richtig. Denkt ihr darüber nach, wie ihr damit künftig umgeht? So weit sind wir da noch nicht an der Stelle. Uns geht es jetzt darum, dass wir die wirklich physische, noch nicht eigentlich da seiende Existenz des Hauses eben doch vermitteln. Eben indem wir sagen, wir haben diese drei Geistlichen und die drei Geistlichen sprechen eine Videobotschaft zu Purim. Beziehungsweise der Rabbiner macht das an der Stelle und der geistliche, der christliche und der Imam steht daneben. Oder dass wir sagen, wir posten ein symbolisches Bild von dem Platz mit einer Stimmung, die transformiert wird und die eben der Follower-Gemeinde wünscht. Und ein gesegnetes Wochenende, ein Schabbat-Shalom, ein gesegnetes Freitagsgebet. Okay, also das ist noch alles sozusagen auf den Bau des Gebäudes, des Hauses selbst ausgerichtet. Vielleicht kannst du, Kerstin, nochmal sagen, was macht das denn mit Ritualen, wenn sie online gehen? Kommt ganz auf die Rituale an. Also du hast ja schon angesprochen, ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren. Und bestimmte Sakramente, die funktionieren einfach erstmal virtuell nicht. Und da gibt es auch keine Krücke, keinen Hilfsmittel, keinen Schleichweg. Naja, sagen wir es so, die Offline-Autoritäten haben dann noch nicht ihr Okay gegeben und haben Mittel quasi gefunden. Also man kann es ja auch so, ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist, aber es ist erstmal so von der Konzeption der Sakramente, dass es ganz klar an eine geweihte Person gebunden ist, die das wirklich real zelebrieren und performen muss. Also das funktioniert nicht. Wortgottesdienste hingegen, bestimmte andere Sachen funktionieren ja eher, auch sogar Hochzeiten. Wobei, wenn sie nicht mit dem katholischen Sakrament verbunden sind, dann aber eher quasi im christlichen oder säkularen Kontext. Was Rituale angeht, das ist ganz spannend, denn ich habe mir viele Rituale vor allen Dingen in virtuellen Umgebungen angeguckt. Auch in Spielen, die auch ganz stark gerade in den USA zu Missionszwecken genutzt werden. Und da ist man eigentlich erstaunt, denn man würde jetzt denken, Rituale werden dort sehr bunt gemacht und sehr modern, aber die sind ganz konservativ. Also eher ganz traditionell vielleicht auch, damit sie an Rituale erinnern. Hast du mal ein Beispiel, eine Sache, die wir uns auch vorstellen können? Hochzeiten. Also es gab ganz viele, gerade in Second Life oder auch in Games, wo es dann Hochzeiten gab, in Games natürlich eher, ich meine rechtlich sowieso nicht zulässig, aber auch religiöse Akteure, die dort religiös geheiratet haben. In Second Life sehr viel, da gab es auch von der anglikanischen Kirche mehrere Personen, die dort quasi als Pfarrer dort auch fungiert haben und im amerikanischen Bereich sowieso. Und jetzt hätte man ja denken können, wenn man jetzt alles hat und alles sich erbauen kann und für viel mehr, für viel weniger Geld als jetzt im Realen, im Offline-Leben. Und man kann sich ja natürlich auch andere Hochzeitskleider etc. designen. Und es war sehr traditionell. Es war eine Kirche, also es war der ganz normale Offline-religiöse Rahmen und mit ganz normalen, so wie man es im Offline-Bereich auch kennt, ganz normalen Ritualen, also rituellen Performanzen. Mhm. Würdest du das in irgendeiner Weise bewerten? Also würdest du dann so weit gehen, zu sagen, ganz schön fantasielos? Da hätte ich mir gedacht, das knallt mehr. Oder nimmst du das nur so zur Kenntnis? Nee, ich nehme es zur Kenntnis. Also mit Bewerten ist ja immer ganz schwierig, normativ da zu sein als Wissenschaftlerin. Aber es geht natürlich auch schon, dass ich das sehr spannend finde, dass für uns eines der Ergebnisse war, dass der Raum so neu, so innovativ ist, dass die Personen, die Akteure dann doch eher sehr traditionelle Sachen dort integriert haben, um einen Wiedererkennungswert zu haben. Dass das wirklich ganz klar ist, das ist ein ritueller Rahmen. Also es hat auch manchmal nicht funktioniert, also gerade bei Gedächtnissachen, wenn jemand zum Beispiel offline gestorben ist, die Leute haben online dann ein Ritual performiert, ein Memorial aufgebaut. Dann haben andere dann gesagt, oh, das ist nicht die richtige Umgebung und haben das ganze Memorial gecrashed. Dann gab es Riesenstreitereien und Zoffs. Und dann war es aber spannend zu sehen, auch dort die Leute zu befragen, die das Ritual gecrashed haben, die gesagt haben, na, das war aber nicht so, dass das für sie ein religiöser Raum wäre, dann hätten sie es nämlich nicht gecrashed. Also das heißt, da war es auch spannend zu sehen, dass wenn man Rituale in ganz klassisch religiös gerahmten Räumen dort zelebriert, dass man dann auch keine Probleme hat. Dann wird es auch als Ritual anerkannt, übrigens auch von den anderen und respektiert. Ich frage mich jetzt nach einem, was wir gesagt haben, wenn wir jetzt das Digitale sozusagen als Neuauflage unter veränderten Vorzeichen des Buchdrucks sehen, was verändert das jetzt? Also der Buchdruck, klar, hat die Heiligen Schriften, also alle Schriften gemainstreamt. Und über kurz oder lang konnte jeder, der alphabetisiert ist, die zu Hause haben. Was ist jetzt, also wohin geht da jetzt die Kompassnadel, wenn die Schriften online sind und wenn sogar auch Rituale dann teilweise online sind und es vielleicht noch mehr wird? Was ist da die qualitative Veränderung? Wird quasi Offline-Autorität damit verändert, gestürzt? Müssen religiöse Institutionen reagieren? Oder genau die andere These gibt es auch, dass wenn Offline-Autoritäten das Netz nutzen, werden sogar Offline-Autoritäten damit gestärkt. Ich glaube aber generell lässt sich sagen, dass die einzelnen Akteure jetzt sehr viel stärker sich informieren können. Da kann man dann sagen, irgendwann kommt vielleicht doch diese Supermarkt-Mentalität. Die Frage ist, ob sie nicht sowieso schon vorher da war. Ob man jetzt einfach die Daten hat, das sehr genau zu sehen, dass sich Leute einfach überall erkundigen, ihre eigene Religiosität basteln. Das muss man dann wirklich gucken und im Einzelfall entscheiden. Wie gesagt, ich hatte es ja schon erzählt, es gibt einfach auch Gemeinden, da ist es ganz klar, ich erkundige mich zwar online und gucke mir was an, was der Papst zum Beispiel macht im katholischen Kontext, aber für die eigene Religion spielt das erstmal überhaupt gar keine Rolle, ob der Papst nun twittert oder nicht. Sondern da ist der lokale Priester vor Ort in der Gemeinde derjenige, der die Religiosität mitbestimmt. Jetzt liegt der Buchdruck etwas länger zurück als der digitale Umbruch, aber ich würde trotzdem auch euch dreien nochmal gerne danach befragen, was ihr denkt, was wirklich die qualitative Veränderung ist, wenn religiöse Praxis, aber auch religiöse Theorie, Schriften und so weiter online sind. Friedhoff. Also das ist mit dieser Digitalisierung das gleiche, wie ein Buch in der Hand zu halten oder einen Reader oder eben die E-Mail auszudrucken oder sie am Rechner zu lesen. Wirklich? Dann passiert weiter nichts? Ist es nur ein Träger? Ich denke, dass die, wir sind da natürlich noch ganz am Anfang, das ist... Ja, wir reden nochmal in 600 Jahren. Genau, wir reden später nochmal. Na, dann gebe ich die Frage gerne weiter. Vielleicht, wie denkt ihr drüber in der jüdischen Gemeinde über den digitalen Umbruch so wirklich als Zeitenwende oder ist es sowas? Ja, ist jetzt halt auch da. Ja, es ist eine unheimliche Chance, wenn man es denn voll benutzt. Also es war gerade die Frage nach den Texten, nach den heiligen Schriften von Religionen, die online stehen, das finde ich wiederum sehr gut eigentlich. Denn optimalerweise würde ja eigentlich so aus unserem Selbstverständnis heraus erwartet, dass wir uns mit diesen Dingen so intensiv wie möglich und so oft wie möglich auseinandersetzen. Und wenn ich dann eben nicht immer sieben Talmud-Folianten mit rumschneppen muss, sondern nur ein Smartphone, ist das ganz praktisch. Ich habe auch schon mehrfach in jüdischem Kontext gesehen, dass, ich weiß nicht, ob es diesen Ausdruck zu pray on the way, weil wir haben auch mittlerweile alle liturgischen Texte, die man irgendwie sich aufs Smartphone laden kann, finde ich ganz prima. Das ist eine praktische, das ist eine sehr praktische und sehr positive Nutzung. Gerade wenn ich mir vorstelle, ich fahre jetzt im Zug irgendwo hin, bin zwei Stunden unterwegs und wenn ich dann diese Texte, mit denen ich mich sowieso dann auch noch gerne beschäftige, dann ganz unkompliziert auf meinem Smartphone oder Tablet habe, dann ist das erstmal eine gute Sache. Das macht es greifbarer, verfügbarer, gerade bei vielen jungen Leuten ist es ja einfach auch so, die kämen ja nicht mehr auf die Idee, eine Bibliothek zu gehen, die gucken, die googeln erstmal oder gucken im Internet nachher. Das ist dann schon irgendwo eine Stärke auch, weil es das, wie soll ich sagen, weil es das verfügbarer macht einfach, greifbarer. Auf der anderen Seite, gerade bei Schülern habe ich, und das klang auch bei dir vorhin ein bisschen so an, habe ich ein bisschen ein Problem, weil wir bekommen das ganz oft mit, dass Schüler, was weiß ich, für den MSA schreibt meine Arbeit, mach doch was über Judentum. Und dann hauen die da irgendwas in die Tasten. MSA, mittlerer Schulabschluss. Mittlerer Schulabschluss, das machen die in der 10. Klasse, glaube ich. Und wenn die bei Wikipedia landen, was ich ein bisschen flach finde, freue ich mich aber richtig, weil die können auf ganz bösen Seiten landen, in denen einfach auch ganz hasserfüllte Propaganda verbreitet wird. Und das ist dann wirklich ein bisschen ein Problem, weil da laufen junge Menschen, die einfach ihr Wissen erweitern wollen, in ganz böse Fallen unter Umständen. Also ich denke, man muss es einfach auch wirklich kritisch und vorsichtig beobachten und schauen, was sind die Konsequenzen von dem, was wir da machen, was sind die Konsequenzen von dem, was gerade die jungen Leute damit machen. Möchtest du da noch was ergänzen, weil du ja gerade in dem Bereich auch arbeitest? Ergänzen ist gut. Das Problem ist, dass der Koran eigentlich immer mündlich tradiert wurde. Also der Buchdruck hat uns eher dazu verhäufen als Muslime, dass wir dann eher unser Wissen festgehalten haben. Aber der Koran wird heute noch eigentlich mündlich tradiert. Wir haben Personen, die dann halt in den Koran auswendig können und die wir Hafe nennen und die bewahren quasi dieses Wissen als Person und als Menschen auf. Ob der Koran nun schriftlich vorliegt oder nicht, ist eigentlich Nebensache. Man muss ihn halt eben nur lesen und auch verstehen. Und da beginnt eigentlich das Hauptproblem. Diese Digitalisierung hat eher dazu geführt, dass unsere Heilige Schrift, der Koran, im Netz quasi und auch im digitalen Zeitalter eigentlich problematisiert wird. Weil man nicht mehr weiß, wie man die Schriftzeichen genau hinstellen soll. Es gibt verschiedene Fonts, es gibt verschiedene Schriftarten, in denen man einfach versucht, den Koran dann hinzustellen. Und das funktioniert alles nicht eins zu eins mit dem, was man eigentlich früher handschriftlich immer hingeschrieben hat. Da gibt es halt eben Problematiken. Das würde darauf hinweisen, dass es dann eben doch nicht so ist, dass da solche hoheitlichen Strukturen aufgebrochen werden. Weil die liegen dann halt eben woanders bei dem, der das online bringt. Das ist das eine. Das andere ist, dass gerade wenn jemand, der sich eigentlich mit dem Koran nicht auskennt und auch nicht mit der Materie und auch nicht diese Methodik gelernt hat, wie man den Koran liest, wie man ihn interpretiert und wie man bestimmte Verse zu verstehen hat. Dass er dann ganz einfach in eine Extreme wandern kann, die wir alle nicht wollen, ob es nun liberal ist oder erzkonservativ. Das kann sehr, sehr problematisch enden. Und das sehen wir auch im Diskurs in Bezug auf den Islam. Wenn jemand ankommt und einfach ein Vers aus dem Zusammenhang herausreißt und sagt, hier hast du den Vers, so steht es im Koran, so muss es sein. Nein, das ist es eben nicht. Und deshalb tue ich mich immer sehr, sehr schwer damit. Und das andere ist, was ich aus meinem persönlichen Umfeld und auch selber immer wieder erlebe, ist, dass jemand eine App hat, der hat da verschiedene Sachen drin, den Koran, irgendwelche Hadith-Geschichten, also Überlieferung von Propheten. Er hat irgendwelche Bibliotheken und alles sowas und er prallt damit herum und sagt, hier habe ich alles. Brauche ich, ist nur noch ein Fingerzweig weg. Der hat aber nicht das Wissen darüber. Er hat es zwar vor Ort, aber er ruft es erstens nicht ab und zweitens ist es für ihn einfach nur so da. Also ich kenne das bei meinem Vater besonders, dass er da einfach gesagt hat, Junge, die Leute haben zwar den Koran zu Hause, aber sie lesen ihn nicht mehr. Das ist halt eben das Problem. Sie haben alles auf der App, aber sie lesen es nicht, sie verstehen es auch nicht. Und deshalb würde ich da eher sehr distanziert dran herangehen. Jetzt weiß ich nicht, wie beschlagen ihr seid mit Religion und Religion online, aber wenn ihr Fragen habt, dann würde ich um die ganz gerne bitten. Es gibt auch ein Saalmikrofon und ich weiß nicht, Lydia, ob es über Twitter jemanden oder etwas gibt. Aber jetzt vielleicht erst der Herr und dann kannst du ja nochmal sortieren, was du vortragen möchtest. Ja, mir kommt eine ganz einfache Frage. Es ist ja zur Zeit ziemlich in der Diskussion, die Aktion, die bei den Banken läuft, die Kirchensteuer sozusagen zu bedienen. Gibt es inzwischen denn auch kostenpflichtige Apps, die sagen, ja, wenn du hier bei mir einsteigen willst, dann zahlst du monatlich oder im Jahr so und so viel. Das wäre eine Frage. Religiöse Apps. Religiöse Apps, ja natürlich, klar. Also ist mir in der Vorbereitung nicht begegnet, würde vielleicht auch der Idee zuwiderlaufen, aber ich gebe die Frage gerne an euch weiter. Ist euch da was bekannt, dass sozusagen mit Religion im Netz Geld verdient wird? Ja. Ja? Ja. Ja, bitte, Daniel. Ich lasse Akif gerne im Podcast. Ich hätte jetzt gesagt, der Rabbi vor, also. Also ich bin tatsächlich ein Laienprediger, das muss man ja immer wieder sagen. Es gibt wohl, und das finde ich eigentlich ein Unding, es gibt wohl Rabbiner, die verschiedene Services, rabbinische Services, Dinge, die ein Rabbiner für Menschen tut, auf virtueller Ebene anbieten. Da gibt es dann unter anderem gibt es Rabbiner, die dann Konversionen zum Judentum online durchführen und den trifft man dann irgendwo am Flughafen von Barcelona und zuckt ihm 100 oder 200 Dollar in die Hand und dann kriegt man ein tolles Zertifikat. Muss ich jetzt noch sagen, muss ich jetzt noch sagen, was ich davon halte oder? Nee, ich glaube nicht. Und jetzt der Laienprediger aktiv. War ein Beispiel. Also das Beispiel kenne ich auch von einigen Imamen, die dann beispielsweise für Hochzeitsteremonien dann sehr, sehr viel Geld auch in die Tasche dann letztendlich reinstecken. Als App kann man sagen, dass es da bestimmte Bereiche gibt. Also der Islam kennt halt eben einmal die rituelle Schächtung, gerade in Bezug auf bestimmte Feierlichkeiten wie das Opferfest. Und da ist es jetzt so, dass es da verschiedene humanitäre Hilfsorganisationen gibt, die auch Apps haben, in denen man online spenden kann. Und dann wird quasi dieses Schächt hier dann irgendwo auf der Welt für Bedürftige geschächtet. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch die Almosenabgabe, nicht Steuer, aber Almosenabgabe. Das ist sehr problematisch, weil man die eigentlich lokal vor Ort dem Bedürftigen zukommen lassen muss als Muslim. Ungefähr zweieinhalb Prozent des Vermögens. Man soll sie eigentlich im Umfeld verteilen und zwar an die Bedürftigen. Jetzt ist es leider so, dass diese ganzen humanitären Hilfsorganisationen dieses Geld einsammeln und dann irgendwo auf der Welt verteilen. Weil sie sagen, in Deutschland braucht es sowieso keiner. Alle sind versorgt. Das ist auch eine Ansichtssache, aber es gibt solche Apps. Ganz, ganz weit verbreitet. Da wollte ich nochmal ganz kurz, weil auf die Sachen der Wohltätigkeit wollte ich mich jetzt aus jüdischer, religiöser Perspektive auch nochmal ganz kurz draufhängen, weil das bei uns ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Pfeiler ist. Und da finde ich das eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Es gibt ganz viele Fundraising-Projekte, die dann auch virtuell und tatsächlich als E-Mail-Projekt irgendwo anlaufen. Und das wiederum aus jüdisch-religiöser, aus rabbinischer Perspektive geht mir da das Herz auf, weil dann haben wir Situationen, dass der Empfänger einer Spende, der auf die Spende angewiesen ist, den Spender nicht kennt. Und das ist für uns eine Idealsituation der Spende, weil dann eben auch keine Abhängigkeiten und keine Schuldgefühle und Ähnliches entstehen können. Finde ich ganz prima. Dieses Fundraising für wirklich positive, vernünftige Zwecke auf virtueller Ebene, finde ich eine klasse Sache. Und das finde ich wiederum eine sehr sinnvolle Nutzung. Da sind die Muslime aber anders. Also bei uns geht es eher darum, dass es dem Muslim eigentlich wehtut, dass er davon sein ganzen Vermögen, was für die Bedürftigen abgeben muss. Und er sich dann auch so ein bisschen sein Herz erweicht und dann vielleicht sogar noch mehr abgibt. Also wenn er auch noch jetzt beispielsweise bei einer armen Familie mit sechs Kindern dann sieht, dass es denen nicht so gut geht, dann wird er sich vielleicht nochmal überlegen, vielleicht ein bisschen mehr zu geben. Also es liegt da schon ein bisschen so, dass wir dann sagen, der direkte Weg muss schon da sein. Aber das Interessante ist... Aber es ist halt unglaublich wichtig, dass der Empfänger nicht unbedingt weiß, keine Dankbarkeitsgefühle haben muss, sondern dass er seine Würde bewahrt. Deswegen finde ich diese Anonymität in dem Fall sehr gut. Also das ist zum Beispiel sehr interessant. Also die Würdebewahrung spielt auch bei uns sehr, sehr große Rolle. Also man darf da jetzt auch nicht irgendwie versuchen, diese Abhängigkeit hinzubekommen. Aber man muss es letztendlich spüren und deshalb muss man auch wissen, wem man es eigentlich gibt. Friedhoff, das klingt nach einer interessanten Diskussion, die dann im House of One mal zu führen ist. Wohltätigkeit und Almus. Ja, oder wenn das Haus da ist, auch in Fleisch und Blut. Genau, bis dahin spenden wir noch ein bisschen. Also um es zusammenzufassen, ja, gibt es auch halt alles von Dingen, die hier vorne sinnvoll erachtet werden, bis hin zu Nonsens und Geschäftemacherei. Und Lydia, du hattest, glaube ich, noch irgendwas. Theopop.de fragt, ob sich religiöse Internetnutzer vorwiegend in ihrer eigenen Filterbubble bewegen oder sie auch durchbrechen. Und damit ist nicht nur die eigene Religion gemeint, sondern auch verschiedene Strömungen innerhalb der Religion. Gute Frage. Du säufst so, als wolltest du antworten. Ich hätte ansonsten gedacht, Kerstin ist befugt. Aber vielleicht macht... Nee, die ist first. Nee, nee, nee. Also das ist sehr problematisch. Ich kenne viele Muslime, die eher so in ihrer Bubble dann weiterleben und sagen, ich möchte mit niemandem etwas zu tun haben. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die dann einfach sagen, hey, es macht Spaß auch mal sich anzuschauen, was die anderen Religionen tun. Und da macht es mir zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß, immer auch beim Judentum mal vorbeizuschauen und zu gucken, was sie machen. Ich habe letztens auch wieder beim St. Pauli spielen eine Jüdin dann auch kennengelernt, die dann auch begeistert St. Pauli-Fan ist und ähnliches. Und da guckt man sich dann halt eben so ein bisschen gegenseitig so auf die Tweet-Timeline und schaut, was macht eigentlich der Muslim gerade? Und ich dann immer beim Sabbat, was macht sie gerade? Sie backt da immer irgendwie so einen Kuchen. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ja, also auch solche Kommentare wie Leilatov und ähnliches. Ich finde das einfach sehr schön. Okay, Leilatov bedeutet... Das ist ja eine Form von Unterhaltung, finde ich auch einfach cool. Was ist Leilatov für alle, die nicht... Ah, okay. Es macht einfach Spaß, sage ich mal. Und viele meiner Freunde machen das auch. Also man guckt sich da einfach mal an. Auf der anderen Ebene ist es einfach, es gibt das auch auf institutioneller Ebene. Also wir haben in Hamburg beispielsweise den interreligionischen Dialog. Da sitzen meistens irgendwelche Oberen in irgendwelchen Kreisen, wo sie dann irgendwelche wichtigen Sachen ausdiskutieren. Aber manchmal passiert es dann, dass sie dann sagen, lass uns doch gemeinsam mal das und jenes machen. Dass man beispielsweise gemeinsam gegen Antisemitismus auf die Straße geht. Beispiel. Das sind dann so Momente, wo wir dann eher so die ganzen Bubbles durchbrechen und sagen, jetzt sind wir mal alle eins und setzen uns mal für eine richtige Sache ein. Also auch wie im richtigen Leben. Man kann entweder immer nur im eigenen Saftesporen oder guckt sich auch mal an, was Gute Nacht in anderen Sprachen bedeutet. Beispielsweise. Du hattest aber noch eine Ergänzung. Genau das Gleiche. Also es ist ganz schwierig. Also es gibt ja nicht den orthonormal religiösen Benutzer des Internets. Der entweder in seiner Bubble. Also es gibt genau wie offline gibt es Leute, die auch mal in andere religiöse Traditionen gucken. Irgendwie online, die auch in andere religiöse Traditionen gucken oder in ihrer Bubble bleiben. Also bei uns ist es so, dass der Rabbiner zum Beispiel keinen Twitter-Account hat, meines Wissens nach. Der Imam sehr aktiv ist und der Pastor sich so dazwischen bewegt. Na gut, aber die praktizieren ja den Austausch so oder so. So oder so, aber die sind natürlich sowohl in der Twitter-Welt sozusagen dort, also der Imam insbesondere, und dann eben auch in Real Life, genau. Hier vorne gibt es glaube ich noch eine Frage oder dort, genau, bitteschön. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu dem Potenzial und der Reichweite von tatsächlich religiösen Performanzen, die man online machen kann. Es wurde schon ganz viel darüber geredet, da gab es auch unterschiedliche Positionen, inwiefern die leibliche Anwesenheit von anderen Menschen das wahrnehmen, dass mich jemand wahrnimmt, wenn ich was mache, dass das anscheinend sehr wichtig ist. Und ich wollte noch mal fragen, was es denn für Abgrenzungskriterien gibt eigentlich zwischen dem, was online möglich ist und dem, was dann eben nicht mehr online möglich ist. Also ich würde zum Beispiel auch gerne wissen, welche Positionen gegenüber der Ortslosigkeit die einzelnen Menschen im Podium haben. Es ist ja sehr hilfreich, wenn man das irgendwie deterritorialisieren könnte. Es ist vielleicht gar nicht notwendig, dass man für bestimmte Dinge anwesend sein muss und das könnte ja auch sehr viel Konfliktpotenzial wegnehmen. Oder ist das Sich-Einfinden an einem spezifischen heiligen Ort irgendwie tatsächlich notwendig? Also wo genau ist die Abgrenzung, welche Typologien von religiösen Performanzen könnte man sich vorstellen und wo hört es dann aber definitiv auf? Ich glaube, das ist eine Frage an dich, oder? Nein, ich glaube eher an die einzelnen religiösen Gemeinschaften. Ja, ich könnte dazu jetzt einigermaßen spontan was sagen. Und auch das ist ganz ähnlich, wie Akif das dargestellt hat für den Islam. Wenn wir das Optimum, das wir anstreben müssen, Gemeinschaftsgebet, eine Gemeinschaft von zehn jüdischen Menschen, die gemeinschaftlich im Gebet vor Gott steht. Also da ist irgendwie so, das impliziert ganz viel an physischer Nähe. Und die finde ich irgendwo im virtuellen Raum überhaupt nicht wieder. Es sind tatsächlich zehn Menschen, die in einem Raum zusammenkommen, um gemeinsam unmittelbar in Gottes Anwesenheit zu treten. Und die sich auf den Weg machen, dorthin, um in diesen Raum reinzukommen. Und die Räume sind dann auch oft so gestaltet, dass ganz viele jüdische sakrale Räume sind so gestaltet, dass du aus dem profanen Lärm draußen durch mehrere kleine Hallen oder Höfe schließlich in den, in das auf Englisch würde ein Sanctuary, in den eigentlichen Gebetsraum kommst, wo du dich mit deiner Gemeinde, mit deiner Gemeinschaft im Gebet direkt in der unmittelbaren Gegenwart Gottes vereinbarst. Das ist eine, ich weiß, eine Vorstellung, die viele sicherlich nicht teilen können, aber das ist eine unserer grundlegenden Vorstellungen von Gebet. Und deswegen ist es, weil das ist für mich der Grund, warum ich mit der Vorstellung eines virtuellen Gottesdienstes, einer virtuellen Hochzeit, einer virtuellen Beerdigung oder was auch immer wirklich einfach, also habe ich einfach mein Problem mit. Und vielleicht jetzt Flapsdick gesagt, ich habe verstanden, dass das würde eventuell auch Konfliktpotenzial herausnehmen. Wie war das gemeint? Wenn man sich überlegt, dass es spezifische Orte gibt, an denen es notwendigerweise irgendwie mehr bedeutet, also Jerusalem zum Beispiel oder diese Kirche, ich muss unbedingt in dieser Kirche heiraten. Wenn man sich überlegt, dass, wenn jetzt tatsächlich gleichberechtigte Performanzen religiösen Gebets im Internet anerkannt würden, dann würde das ja sehr viel öffnen und sehr viel bewegen. Dann muss ich dafür nicht irgendwo hingehen, sondern dann ist das genau dasselbe, dass dieselbe Frage wäre für Beichtstuhlpraktiken. Aber ich glaube, das würde Konflikte um heilige Städte in Jerusalem in keiner Weise entschärfen, oder? Also, oder verstehe ich deine Frage nicht richtig? Das würde auf jeden Fall die Tatsache, dass die Ortsgebundenheit aufgelöst wird, das würde zumindest viel in vielleicht möglicherweise verschieben. Das ist mit der Auflösung der Ortsgebundenheit, dem sind Grenzen gesetzt, denn sowohl in der islamischen als auch in der jüdischen Tradition hat Jerusalem einen ganz spezifischen Stellenwert. Vielleicht sagst du noch was über die islamische Tradition dazu, aber das ist der Ort, an dem Gott seine Gegenwart auf Erden weilen ließ, einstmals, und an dem er sie wieder weilen lassen wird. Also, das ist eine Vorstellung, die kann man in einen friedlichen Kontext einbetten. Das ist mir auch sehr wichtig und da bin ich auch sehr bemüht drum. Aber das ist eine Vorstellung, die kann man nicht irgendwo in den virtuellen Raum verschieben. Aber ich meine, man könnte ja, wenn man Gottes Gegenwärtigkeit in einem Online-Gebet annimmt, dann hätte man ja schon eine Verschiebung von verschiedenen Autoritäten und von verschiedenen territorialen Festlegungen. Ja, aber ich glaube, da hat Daniel ja schon in der ersten Antwort widersprochen. Aber diese Wahrnehmbarkeit Gottes in einem Online-Minian, in einem Online-Gebetsquorum, wie gesagt, vielleicht liegt es an mir, aber da komme ich nicht mit. Und wenn ich mich so in meinen Gemeinden, mit denen ich arbeite, umschaue, habe ich auch eine Schwierigkeit mir vorzustellen, dass das angenommen würde. Ich glaube, die Frage muss man auf zwei Ebenen beantworten. Ich glaube, es gibt einmal Vertreter der institutionellen Religion, einfach die natürlich erstmal, ich glaube, das ist ein ganz klassisches Beispiel, die erstmal Probleme haben, wenn man jetzt also auch quasi von dem, was vorgeschrieben ist. Wenn man aber einzelne religiöse Akteure befragt, gibt es welche, die mit einer Ortsungebundenheit überhaupt gar kein Problem haben? Für die übrigens dann auch natürlich Gott in dem virtuellen Gebet ist, Gott auch in diesem virtuellen Raum sind, die auch zum Beispiel eine virtuelle Gemeinschaft, als völlig reale Gemeinschaft mit, sei es quasi Personen, die durch Avatare personalisiert vor einem stehen, dann auch als religiösen Raum anerkennen. Aber ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen und es gibt religiöse Akteure, die fernab von dem, was sich vielleicht auch religiöse Vertreter erstmal denken, das als völlig problemlos anerkennen. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt generell hier für die Diskussionsrunde. Wir waren auch schon mehrfach an dem Punkt. Ich glaube, die Frage ist, wie definierst du für dich die Begriffe real und virtuell? Und je nachdem, funktioniert das sozusagen als befriedendes Element oder auch eben nicht? Ich würde gerne, weil ich meine, das hatten wir, glaube ich, schon auch ganz gut an ein paar Beispielen rausgearbeitet, doch gerne nochmal auf was zu sprechen kommen, was bei euch beiden schon anklang. Nämlich das Netz auch als Instrument der Radikalisierung oder ich sage mal als Hasskatalysator. Du arbeitest als Beauftragter gegen Antisemitismus. Würdest du sagen, der Antisemitismus im Netz ist in irgendeiner Weise anders als der auf der Straße? Woran ich denke, wenn ich von Antisemitismus bei dem, was ich vorhin sagte, über Jugendliche, die für die Schule irgendwo was suchen, dann dachte ich in erster Linie, es gibt so Seiten, die stellen sich auf den ersten Blick ganz wissenschaftlich dar. Und dann liest man irgendwie, um so nach fünf Minuten wird der Beweis erbracht, dass die Juden in ihrer Religion schon seit 2000 Jahren täglich Menschenopfer praktizieren. Also auf der Ebene oder ganz andere, da werden talmudische Stellen dann verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen und neue, völlig absurde und abstruse und von dem Judentum völlig ferne Deutungen und Interpretationen als das Judentum dargestellt. Und da ist natürlich eine antisemitische Motivation dahinter. Es ist auch, ich denke, der Antrieb ist dasselbe. Der Antrieb ist dasselbe wie bei den Menschen, die auf den Demos in diesem Sommer gerufen haben, Hamas, Hamas, Juden, ab ins Gas. Also da ist, der Antrieb ist kein Unterschied. Die Erscheinungsform letzten Endes ist wahrscheinlich schon irgendwo unterschiedlich. Und die Erreichbarkeit natürlich, das ist dann das. Ja, vor allem ist es halt auch, und das ist das nächste, worum ich ein Problem habe, diese Anonymität des Netzes. Ich habe ja die Möglichkeit, über technische Spielereien das irgendwo so einzustellen, dass ich nachher nicht mehr auffindbar bin, dass ich strafrechtlich nicht mehr belangbar bin. Ja, ich habe das Internet über so Chats kennengelernt. Und ich bin dann am Anfang auch sehr in interreligiösen Foren unterwegs gewesen und da lernst du Leute auch im virtuellen Raum kennen. Und die stellen sich dann ja auch irgendwie dar. Und so in den ersten anderthalb Jahren, wenn ich jedes Mal, wenn ich dann einen Real gesehen habe, war das ganz anders, wie sich das im virtuellen Raum dargestellt hat. Von daher, das ist auch so ein Teil dessen, was da so meine, wie soll ich sagen, meine Reserviertheit gegenüber dem Internet als Transportinstrument für Spiritualität wiedergibt. Ganz oft da, der Troll oder der Fake, das ist ja auch ein stehender Begriff im Internet. Und mit denen müssen wir uns dann halt, gerade wenn es um Religion geht, gerade wenn es um Religion geht, auch auseinandersetzen. Was würdest du denn sagen? Ich habe dich zitiert gefunden in einem Spiegel Online Artikel von 2013. Da geht es um Facebook als den größten Sündenfuhl und Verderber muslimischer Jugendlicher, lauter leicht bekleidete Frauen da und so. Und das finden manche nicht gut. Und da wirst du aktiv zitiert mit, gibt viel schlimmere Gefahren im Netz für muslimische Jugendliche, Antisemitismus, Extremismus und auch gezielte Islamfeindlichkeit. Vorhin klang das schon mal bei dir an. Was würdest du denn sagen, wie groß ist denn diese Gefahr, dass das das Radikalisierungsinstrument ist für junge Dschihadisten und die Religiosität ins Kraut schießt? Also wir haben das Problem, dass gerade jetzt auch in Bezug auf den IS immer wieder sehr deutlich wird, dass es da halt eben bestimmte radikale Gruppierungen gibt, die bestimmte Themen in ihrer, also aus ihrer Perspektive heraus verbreiten. Und wir hatten das allerdings auch vorher mit anderen Gruppierungen, die eher gewaltnah und nicht gewaltbefürwortend, aber gewaltnah galten, wie Hizbut Zahrir oder auch ähnliche Gruppierungen, die auch sehr, sehr stark den Antisemitismus einfach in ihren Gemeinden und auch in ihren Jugendgruppen quasi verbreitet haben. Aber auch den Antisemitismus. Und das Problem ist, dass im Netz alles enthemmt ist. Also sie haben da teilweise auch Leute, die auch mit Klarnamen antisemitische Sachen dann auch von sich geben können. Genauso wie es Islamfeindlichkeit auch gibt. Und wir sehen das schon seit Jahren. Also ich bin seit 98 eigentlich mit dem Internet bewandert und habe schon 2001 meine ersten Erfahrungen mit Islamfeindlichkeit im Netz gehabt, weil es damals bestimmte Foren gab, in denen einfach sich bestimmte Leute getroffen haben und dann geplant haben, welche Moschee sie als nächstes mit Eiern bewerften beispielsweise. Auf der anderen Ebene habe ich dann seit einigen Jahren immer wieder diese eine Block vor meinen Augen, das angeblich für die Bundesregierung einfach unauffindbar ist und auch nicht ausschaltbar. Und das ständig jeden Tag mit verschiedenen Beiträgen gegen Islam, gegen Juden, gegen alles, was ihnen einfach fremd erscheint, hetzt. Und das wird teilweise halt eben anonym gemacht, aber teilweise auch mit Klarnamen. Und es gibt diese Enthemmung. Die Leute sind einfach lockerer drauf und sagen, ach, ich schreibe jetzt einfach mal unter den Kommentaren, dass ich gerne diesen Juden da hängen sehen würde. Also solche Leute gibt es. Und sie können da nicht viel dagegen unternehmen. Sie könnten die Seiten sperren, aber dann suchen sie sich halt eben neue Plattformen. Das wäre die andere Lösung. Ich bin da immer unschlüssig. Natürlich ist sowas tatsächlich, ließe sich ja auch juristisch ahnden, wenn man es denn wollte, wenn ich dich richtig verstehe. Aber ich frage mich dennoch manchmal bei so herablassenden Kommentaren und das sehen wir ja auch bei den Radioanstalten, dass einfach die User leichter drauf sind, auch irgendwie mit Schmähungen oder so Sachen, die ich dir nicht direkt ins Gesicht sagen würde, die schicke ich dir aber schon vielleicht irgendwie als Kommentar hinterher. Und da frage ich mich manchmal, hat das nicht vielleicht sogar fast auch eine, wenn man es denn so möchte, eine gute Wirkung, weil man wenigstens diese Haltungen sieht? Die waren vorher für mich gar nicht so sichtbar. Ja, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen an Pegida. Die waren auch sichtbar, ja. Man redet schon seit Jahren darüber, dass es diese Ansichten gibt und dass es eine bestimmte Masse gibt, die dann halt eben auch bewegt werden könnte. Und Studien haben immer darauf hingewiesen und mal gesagt, ach, jetzt übertreibt mal nicht und so schlimm ist es ja gar nicht. Und seitdem Pegida auf der Straße ist, sehen wir wenigstens, dass jetzt tatsächlich das, was man vorher schon die ganze Zeit gesagt hat, tatsächlich auch existiert. Und passiert. Und passiert. Es ist schwierig. Also wie soll man mit so etwas umgehen? Einige sagen, man sollte mit denen diskutieren und sie entschärfen. Andere sagen, nee, man sollte draufhauen und sagen, das geht so nicht und solche Meinungen haben in unserer Gesellschaft nicht zu suchen und wir brauchen das alles nicht. Und ich bin eher für die zweite Variante. Also ich selber bin beispielsweise in einem Netzwerk dann aktiv, das sich Netz gegen Nazis nennt, bin da immer wieder mit dabei. Und dann sucht man halt eben immer wieder, wenn man dann bestimmte Inhalte gesehen hat, den Kontakt zu den Betreibern oder halt eben zu den Stellen, wo man das einfach melden kann. Es gibt Jugendschutz.net, wo man beispielsweise Videos melden kann, die dschihadistische Propaganda auf YouTube verbreiten. Und glücklicherweise sind die auch mittlerweile so professionalisiert, dass sie da auch bestimmte Elemente haben, wo sie dann bei YouTube einfach sagen, ich markiere das. Und dann nimmt YouTube das auch ernst. Aber wenn ich das als Einzelner markiere, passiert das eher nicht. Bei den Kommentarspalten, da denken auch die Journalisten auch ziemlich lange darüber nach, was sie damit machen sollen. Also manchmal ist es jetzt so, dass in der Welt, wenn ein Artikel zum Judentum erscheint oder auch zum Islam, dass dann einfach die Kommentare gar nicht mehr freigeschaltet werden. Weil dann gesagt wird, wir wissen schon, was da kommen wird, wir lassen es einfach sein. Andere wiederum zensieren, und zwar gezielt, weil sie sagen, diese Meinung wollen wir hier nicht sehen. Und andere sagen, wir lassen es stehen. Und das Letzte ist einfach das Schreckliche. Man darf es nicht stehen lassen. Man muss sich auch im Netz dagegen wehren und auch aktiv werden. Und das ist halt eben das Problem. Die meisten Leute wissen einerseits nicht, was sie machen sollen und andererseits auch nicht, ob es wirklich etwas bringt. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es bringt immer etwas, wenn man etwas thematisiert und auch etwas dagegen macht. Aber es ist ein langer Weg. Und man muss da auch ein bisschen Disziplin auch zeigen und sagen, ich werde diesmal nicht wegschauen. Ich muss das jetzt auch mal ansprechen. Das gilt dann auch für die Gemeindearbeit. Also ich habe immer wieder Jugendliche gehabt, die dann angekommen sind und gesagt haben, die Juden kontrollieren die Medien, die werden immer wieder gut dargestellt und wir werden immer schlecht gemacht. Und dann diskutiert man mit ihnen darüber und versucht sie halt eben von dieser Schiene auch wegzubekommen. Also ich fand das ganz schrecklich. Also als diese Statements da ankamen mit Juden ins Gas und ähnliche Sachen. Also auf der einen Seite gab es friedliebende Demonstranten, die einfach nur gesagt haben, wir möchten nicht, dass da irgendwie ein Krieg in Gaza ist und wir möchten einfach diese Leute in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite gab es Nazis quasi aus meiner Sicht und auch rechtsextreme Muslime, die dann einfach da mitmarschiert sind und das Ganze torpediert haben. Und das war weder im Sinne der Muslime noch im Sinne der Menschheit, sage ich mal. Weil das bringt es nicht. Und das macht alles kaputt. Und da muss man dann auch als Muslime hinstehen und sagen, so nicht, das machen wir nicht mit. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, dass man gemeinsam auch mit den ganzen Gemeinschaften und auch mit der Bundesregierung dann auch ein Statement abgesetzt hat nach diesen schrecklichen Vorfällen in Paris. Einmal bei Charlie Hebdo, aber auch in dem jüdischen Supermarkt. Okay, jetzt sind wir allerdings schon seit geraumer Zeit in der realen Welt bei sämtlichen Beispielen, von denen du erzählst. Also in der virtuellen Welt, wie gesagt, also Jugendschutznetz ist eine ganz gute Adresse. Netz gegen Nazis ist eine sehr gute Adresse. Aber auch die Amadeo-Antonio-Stiftung macht sehr, sehr gute Arbeit und das sollte man immer verfolgen. Und nach Möglichkeit auch unterstützen, sei es finanziell oder auch selbst. Ich würde gerne nochmal fragen, ob ihr Fragen habt. Jetzt läuft die Zeit so ein bisschen davon. Hier vorne nochmal der Herr. Und ich weiß nicht, zeigt ihr mal alle, die ihr noch was fragen möchtet? Ne, dann ist das glaube ich die letzte Frage aus dem Publikum. Oder gibt es bei dir noch was, Lünia? Da ich selbst auch in der Wikipedia aktiv bin, habe ich Ihren Beitrag vorhin mit Interesse gehört. Es scheint mir so, dass Sie also da auch die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht haben, wo Sie sagen, da gucken wir lieber nicht so genau hin. Meine Frage wäre, gibt es denn aus der jüdischen Community, aus der Rabbiner-Seite, auch Menschen, die sagen, wir beteiligen uns auch an der Wikipedia. Die Administratoren-Ebene, Sie kennen vielleicht die Wikipedia intern so ein bisschen, die versucht ja immer den neutralen Standpunkt irgendwo zu fördern und in die Artikel reinzubringen. Ich vergleiche gelegentlich auch die Englischsprache und die Deutschsprache oder die anderen Sprachen hier in Wikipedias. Da mag es auch nochmal Unterschiede geben. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Meine Erfahrung in Bezug auf was? Also ob es qualifiziertes Personal aus der jüdischen Gemeinde, aus dem Rabbinertum gibt, die mitschreiben an der Wikipedia. Nicht über, das weiß ich nicht. Also ich denke, dass es ein paar von unseren Leuten gibt, die in Wikipedia aktiv sind. Ich habe irgendwann mal, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es über mich einen Wikipedia-Artikel gibt und den muss irgendjemand aus meiner Community geschrieben haben, wie sich aus den Inhalten ergibt. Ich denke, wenn jemand, es gibt andere Foren und Möglichkeiten, sich qualifiziert über Judentum zu informieren. Wir haben zwei Rabbiner-Konferenzen, eine orthodoxe und eine allgemeine Rabbiner-Konferenz. Da hat jeder eine Homepage, jeder Rabbiner ist per E-Mail zu erreichen. Viele von unseren Kollegen haben eine eigene Homepage, eine Website, auf der man direkt Fragen stellen kann. Also diese Form der Kommunikation von Gläubigen zu Rabbinern, die ist ganz, ganz direkt da. Ob und inwiefern sich Kollegen von mir aktiv an Wikipedia beteiligen, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht, das ist durchaus möglich. Was mir aufgefallen ist, bei den jüdischen Themata, um die es geht, da war Wikipedia immer eine völlig akzeptable Quelle. Da will ich gar nichts sagen. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil es eben so ein bisschen im luftleeren Raum steht. Und in anderen Kontexten hatte ich dann schon manchmal die Frage, habe ich mich selbst gefragt, kann man das jetzt wirklich so darstellen, wie Wikipedia das gesagt hat? Da bin ich dann, aber Informationen über das Judentum aus Wikipedia, die sind zumindest unproblematisch. Aber ich halte es eben für viel sinnvoller, wenn man dann zum Beispiel mal auf die Webseite der Deutschen Rabbiner-Konferenz geht oder einer der Rabbiner-Konferenzen oder der jüdischen Gemeinde in Berlin, weil dann ist man direkt da, wo man sich qualifizierte Antworten holen kann, was eben bei Wikipedia nicht immer hundertprozentig gewährleistet ist. Es wäre natürlich gut, wenn die Wikipedia auf der fraglichen Seite oder einer der Linien den Hinweis als Internetzugang zu der Rabbiner-Konferenz anbieten würde. Das wäre dann für den Nutzer auch eine Möglichkeit, von da aus dahin zu springen. Nur mal eine Idee. Da müsste man gucken, könnte ich eine E-Mail an Wikipedia schicken, ja. Nee, so einfach geht es nicht. Naja, Sie haben ja hier einen Administratoren, vielleicht nutzen Sie gleich die Gelegenheit. Wenn es mehr als eine E-Mail ist, habe ich keine Zeit dafür. Aber ich finde den Punkt gut, weil er korreliert sich auch mit dem, was du gesagt hast. Weil es ist schon so, natürlich gibt es sehr, sehr viel schlimme Sachen. Also, weil eben googeln über bestimmte religiöse Traditionen ergibt ganz merkwürdige Ergebnisse. Und ich glaube, da sind auch die Religionsgemeinschaften gefragt, dann auch sehr aktiv im Netz aufzutauchen und dort auch das Material und die Informationen zur Verfügung zu stellen. Und da muss man schon sagen, Wikipedia, das mag man jetzt gut oder schlecht finden, ist einfach eine der großen Bezugsquellen für die heutige Informationsgesellschaft, dort auch aktiv dann einzutreten, dass dort die richtigen Informationen genannt werden. Weil so kann man genau verhindern, dass andere Informationen vielleicht einen anderen Stellenwert bekommen. Richtig, wobei ich ganz kurz noch dazu ergänzen möchte, dass das Phänomen natürlich bei uns dann auch irgendwann bekannt wurde. Und in den letzten zwei, drei Jahren haben verschiedene jüdische Webportale sich so verlinkt, dass sie bei ganz, ganz vielen Suchbegriffen zu Judentum als Erste in der Suchmaschine aufblinken. Was die Reaktion letzten Endes darauf war, dass man eben manchmal auf sehr fragwürdigen Seiten gelanget ist. Und es ist ja auch häufiger mal passiert, dass man auf so einer Wikipedia-Look-Alike-Seite ist und das erst beim Lesen und über Stirnrunzeln merkt, in welchem Fahrwasser man da gerade unterwegs ist. Da haben wir ganz andere Probleme als Muslime. Da gibt es noch eine Frage? Genau, ich wollte nochmal die Frage von den Kommilitonen mit aufgreifen. Inwiefern spielt denn der Ort bei dem Gebet eine Rolle? Es gibt doch geweihte Orte und es gibt entweite Orte. Also zum Beispiel in Istanbul ist ja die Hagia Sophia entweit worden und mittlerweile nur noch ein Museum. Das gleiche finden wir auch in Deutschland bei ganz vielen Kirchen, die mittlerweile entweit... Kampenburg ist voll von solchen Kirchen. Genau, wo jetzt einfach eine Sparkassenfialle drin ist, wo ein Supermarkt drin ist oder sonst dergleichen. Ich könnte auch rein theoretisch, wenn mir jetzt die Moschee nicht gefällt, gehe ich in die Hagia Sophia, weil die finde ich viel schöner und für dort das Gebet durch, guckst du mir halt per Livestream an. Spielt das irgendwie eine Rolle? Oder denke ich komplett... Also im Islam spielt tatsächlich der Gebetsort an sich, also ortsgebunden ist das Gebet nie. Das ist sehr, sehr interessant. Also die gesamte Welt wird quasi als Gebetsstätte für den Menschen erachtet und da steht auch so im Koran. Das ist das eine. Das andere ist nur, wenn man das Gemeinschaftsgebet verrichten will, dann braucht man mindestens drei Personen. Einen Imam und zwei Personen, die hinter ihm beten. Und das ist dann halt eben so ein Pflichtgebet und die Gemeinschaft wird halt eben wertgeschätzt. Deshalb kann man es einfach nicht ersetzen, ein Gemeinschaftsgebet zu haben. Hagia Sophia, ich meine, wenn sie da jetzt beten würden, dann würde die Polizei sie festnehmen. Das haben nämlich Muslime versucht und wurden dann letztendlich festgenommen, weil sie einfach die Ruhe des Museums gestört haben. Da gibt es einen Dissens zwischen Muslimen und auch der christlichen Gemeinde in der Türkei. Das wird sich hoffentlich irgendwann mal lösen. Einige wollen zu einer Moschee umfunktionieren, andere wiederum zurück zu einer Kirche. Und der Staat sagt, wir sind mit dem Museum rundum zufrieden. Das andere Problem ist diese entweiten Orte. Also der Islam selber kennt keine Weihung. Und interessanterweise haben wir in Hamburg den Fall, dass wir beispielsweise eine alte Kirche, die Kapernaum-Kirche, jetzt mittlerweile zu einer Moschee umfunktioniert haben. Das gab einen Riesenaufschrei. Bei wem? In Hamburg. Ja, bei den Christen oder bei den Muslimen? Ach so, die christliche Kirche wurde entweiht. Wie nennt sich das? Ungewidmet? Also es wurden auf jeden Fall Altar und ähnliche Sachen entfernt. Und die Kirche hat gesagt, wir brauchen diese Gebäude nicht mehr, könnt ihr verkaufen. Und irgendwann haben die Muslime zugeschlagen, weil sie da sowieso keine Räumlichkeiten finden und dachten, ach, das sieht sehr schön aus, das kann man auch zu einer Moschee umfunktionieren. Und haben dann halt eben zugeschlagen, mit irgendwie 70.000 Euro mussten sie Vorkasse leisten. Die gesamte Gemeinde suchte irgendwie schon zehn Jahre nach einer Moschee und hat dann einfach 70.000 Euro an einem Tag zusammengesammelt. Haben dann Vorkasse geleistet und dann letztendlich das ganze Gebäude aufkaufen können. Und es gab einen Riesenaufschrei, weil einige Leute gesagt haben, was soll das? Das war eine Kirche und jetzt soll es als Moschee genutzt werden. Zuerst hat man dann auch gefragt, wer ist denn das, der das da Ganze macht? Sind das irgendwelche Terroristen? Das war ganz lustig. Die Kirchen haben sich geäußert, ohne zu wissen, wer es gekauft hat. Der Käufer war jemand, der am interreligiösen Dialog teilweise am Tisch mit den Kirchen zusammensitzt. Die haben dann alle nochmal sich verständigt und alle haben gesagt, okay, wenn ihr es seid, achtet auf unsere besonderen Dinge, die wir nicht unbedingt verletzt sehen wollen. Und dazu zählte beispielsweise, dass an einem Kirchturm noch das Kreuz hing. Und das hat man quasi in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt, ohne dass es jemand dann sehen soll. Und das wurde dann ersetzt mit einem islamischen Zeichen. Aber man hat eben versucht, die religiösen Gefühle der Christen dann auch wertzuschätzen und zu sagen, wir verletzen die jetzt nicht und machen das jetzt nicht halb öffentlich und wo es jeder sehen kann. Das sind so Gegebenheiten. Man hat halt eben auch die Struktur des Gebäudes auch erhalten. Es sieht immer noch aus wie eine Kirche von außen. Innen wird es gerade halt eben komplett umgebaut und soll dann halt eben als Moschee genutzt werden. Das ist für Muslime eigentlich kein Problem. Für manche Christen ist es halt eben ein Problem, weil sie sagen, was soll das? Jetzt machen wir hier Platz. Ja, auf der anderen Seite sagt man aber auch, also das hat dann zumindest die evangelische Kirche in Hamburg dann auch gesagt, ja, letztendlich wird da ja auch nochmal Gott angebetet. Also die suchen Räumlichkeiten, die können keine Moscheen hier bauen. Sei es doch drum, ist doch okay. Okay. Ich würde jetzt gerne hier die letzte Frage aus dem Publikum noch entgegennehmen. Bitte. Ja, danke. Ich würde gerne nochmal so ein Stück zurückgehen in der Diskussion, eigentlich ziemlich am Anfang. Da hieß es, dass bestimmte, also wenn man jetzt einen Livestream oder so überträgt, dass das Gläubige eigentlich davon abhält, in die Kirche zu gehen und an diesem Gemeinschaftsgefühl irgendwie teilzuhaben. Es gibt aber doch auf der anderen Seite auch genügend Menschen, auch junge Menschen und Kirchen, die einfach so ein bisschen kritisch der Institution gegenüberstehen. Also ich sage jetzt mal, die vielleicht noch als wirklich glauben, aber jetzt dieser, ich kenne es nur aus dem katholischen Glauben, der Kirche durch diverse Skandale einfach ihr nicht mehr anhängen oder auch jetzt austreten. Es ist nicht eine Möglichkeit, diese Medien, diese neuen Medien, jetzt unabhängig von den Traditionen, von den Ritualen, die es in der Kirche gibt, zu nutzen, um einfach an die Menschen wieder ranzutreten und vielleicht auch wieder stärker zu binden. Also von den Institutionen ausgedacht, um die wieder ranzurudern. Ja genau, also schon auch aus Institutionssicht, dass ich sage, als Kirche, ich vernachlässige jetzt so ein bisschen diese Rituale, die ja zum Teil auch als veraltet angesehen werden oder als nicht mehr aktuell oder keine Ahnung, dass man eben da andere Wege sucht und so ein Stück weit einfach die wieder an Bord holt. Friedhoff? Also wir sammeln ja Geld für dieses Bauwerk, was noch nicht steht. Und das Tolle ist, dass die Leute, die Geld geben für unser Projekt, Botschaften hinterlassen können. Und da gibt es genau das, was du da beschrieben hast. Also die Leute sagen, ich bin eigentlich Atheist, ich habe gar nichts zu tun mit der Kirche oder mit der Moschee oder mit der Synagoge. Das ist gar nicht, ich bin raus aus dem Ganzen. Aber das, was ihr macht, dieses Projekt, das überzeugt mich und es bringt mich ein Stück näher wieder zurück zu dem, was irgendwie spirituell ist in gewisser Weise. Also das ist schon auch etwas, was eben diesen Menschen dann auch bindet. Also da findet so eine Identifizierung statt zwischen dem Einzelnen, der sagt, also ich gebe auch Geld, aber eben nicht nur Geld, sondern ich bin auch gedanklich mit Worten da und sage irgendwie, das ist mein Ding. Da wären wir, glaube ich, bei einem Aspekt, den du vorhin schon mal hast anklingen lassen, so ein bisschen die selbstgemachte Patchwork-Religion, dass ich mir das suche und das nehme, was ich haben möchte und den Rest eben außen vor lasse. Das wäre die sehr negative Sicht da drauf. Ich finde es gar nicht negativ. Von den Kirchen her gedacht dann schon. Okay, gut. Okay, gut, auch nicht von allen religiösen Gemeinschaften. Aber es gibt ja auch, das meinte ich mit den Mega-Churches, wo genau das im Vordergrund steht, wo neue Medien eingesetzt werden. Aber da würde man auch, also ich weiß, bei der katholischen Kirche zum Beispiel im Rahmen der Neuevangelisierung macht sie das auch verstärkt. Also nicht natürlich, dass sie auf ihre Sakramente verzichten würden. Ich glaube, das würde ich auch sehr kritisch beurteilen, dass das jemals kommen würde. Aber dass sie zum Beispiel schon Facebook-Gruppen wirklich aktiv fördert, dass sie wieder dort eine Art von Mission betreiben und auch über Glauben diskutieren, Glauben reden, wieder andere Leute ansprechen. Aber ich glaube, das hängt ganz stark von den religiösen Traditionen selbst ab, wie weit sie das auch als quasi Kernelement ihres Glaubens sehen. Und ich glaube, eine katholische Kirche, und ich würde sogar fast auch denken bei der evangelischen Kirche, ohne Eucharistie, ist einfach ganz zum Beispiel sehr schwer vorstellbar, weil es ein Kernelement des Glaubens ist. Wie weit man das liturgisch so aufbereiten muss, sei noch mal dahingestellt. Da gibt es auch Gegenbeispiele. Aber es ist natürlich eine Niedrigschwelligkeit, die sich da bietet. Also ich kann sozusagen den Kontakt etablieren, ohne dass ich durch die dicke Kirchentür gehen muss und alte Traditionen mir entgegenkommen und Gerüche, die mir vielleicht fremd geworden sind im Laufe der Zeit. Entschuldigung, es wäre ein Punkt, an dem wir fröhlich weiter diskutieren könnten, aber wir sind schon ganz schön stramm über die Zeit und es ist ja auch eine kleine Gemeinde hier. Wir können quasi eins zu eins gleich noch weiterreden. Ich würde euch gerne aber reihrum noch mal eins fragen. Wir sind in der Fastenzeit, also nach dem christlichen Kalender. Der Islam, das Judentum kennen auch Zeiten und Phasen des Verzichts. Und ich glaube, aus dem Publikum klang das vorhin schon mal an. Wir haben den heiligen Steve. Wir haben ja schon auch irgendwie so ein sakrales Image bei bestimmten Produkten. Der Touchscreen, das ist ja schon fast reliquienhaft, wie wir uns danach verzehren, den zu berühren. Da würde ich gerne fragen, tut ihr euch denn ab und zu Abstinenz an? Also die Gretchenfrage nach dem Glauben muss ich, glaube ich, hier vorne nicht stellen. Aber zumindest dann die nach, lasst ihr auch mal die Finger da raus und nehmt das gedruckte Buch und geht in den Kirchen-Synagogen-Moscheeraum? Oder ist das zu 1980 gedacht, wirklich zu sagen, das ist das eine und das ist das andere? Machen wir vielleicht hier mal so ein Speed-Dating-Reihrum. Ich gehe auf jeden Fall in die Kirche, aber das ist schwierig, das andere wegzulegen. Und das ist in der Tat ein Gedanke, der mir in den letzten Tagen gekommen ist, doch mal wieder offline zu gehen. Okay, dieses digitale Abstinenzlatum ist ja auch seit Jahren ein Thema, auf dem sich erfolgreich Bücher schreiben lassen und so. Also das ist für dich zumindest schon... Es ist schwierig, es geht gar nicht. Also wir haben ja auch eine Verantwortung. Also ich meine, da draußen ist, wir haben eine Gemeinde von 3000 Facebook-Followern, die der EKD-Ratsvorsitzende hat sich jetzt neulich verabschiedet in seinen Urlaub. Ich glaube, das geht bei uns nicht. Geht's bei dir? Willst du es überhaupt? Ist das ein Gedanke, den du legst? Ich mache das regelmäßig. Also es ist dann eher so, dass ich das einerseits bei der Fastenzeit dann auch mache, also im Ramadan, dass ich dann einfach sage, okay, ich trete jetzt einfach kürzer. Letztes Jahr ging das nicht, weil ich beruflich einfach in einem Online-Projekt für Muslime aktiv war. Da konnte ich leider nicht komplett abschalten, aber ich mache das regelmäßig, indem ich einfach sage, jetzt bleibt mal komplett Handy, Internet, alles aus. Wenn mich jemand erreichen will, dann weiß er, wo ich wohne. Das wissen dann auch die Jugendlichen, die dann irgendwie Probleme haben und die wissen dann auch, dass sie in der Zeit dann mich nach Möglichkeit nicht stören sollen. Ich mache das immer regelmäßig. Es tut auch gut, also ein bisschen Abstand gewinnen und dann auch nochmal wieder reinschauen. Das sorgt auch dafür, dass man sich selbst auch so ein bisschen reflektiert, aber auch die anderen Geschichten auch ein bisschen ernster nimmt. Also was ich, nur ganz kurz, also es gibt viele Muslime, die einfach nur Muslime heißen, aber es kaum leben. Also das muss man dann immer wieder betonen. Die Mehrheit der praktizierenden Muslime sind zwar im Fokus, aber die meisten Muslime sind nicht mal in einer Moscheegemeinde organisiert. Also das muss ich mir dann auch immer wieder bewusst machen und dann sagen, okay, vielleicht müssen wir auch ein bisschen intern ein bisschen missionieren. Aber das wird einem nur erst klar, wenn man dann wirklich mal abschaltet und sich das mal etwas von der Distanz auch anschaut. Suchst du dir auch die Distanz, Daniel? Also ich bin sowieso einmal in der Woche für 25 Stunden am Stück offline, weil ich Schabbat den Computer auslasse und dann jüdischen Feiertagen. Wie ist es bei dir? Eher weniger. Also ich werde zwei Wochen im Jahr gezwungen von meiner Familie, aber die Rückfallquote ist sehr hoch, weil man dann doch selbst in anderen Ländern Internetzugang bekommt. Okay. Vielen Dank euch vielen hier vorne. Und wie gesagt, wir können noch weiter diskutieren, entweder fastenmäßig mit Wasser und Brot. Es wird aber auch anderes gereicht. Ich möchte euch noch sagen, was hier demnächst so passiert. Am Mittwoch, den 25. März, haben wir hier eine Derniere. Dann ist der digitale Salon zum letzten Mal hier. Dann zum zivilen Ungehorsam. Und dieser Salon, dessen Titel ich gerne nochmal lobpreisen möchte, lasst uns tweeten, hat mir einfach so gut gefallen. Der mofft sich zum Hörsaal und ist als solcher dann am Sonntag, den 15. März zu hören, auf der Radio Wissen. Danach auch online abrufbar. Vielen Dank, schönen Abend euch noch. Und euch auch. Vielen Dank. Vielen Dank.